Ich komme das letzte Mal davon Jawoll Jaa Strike Naja, war ich sowieso immer schon Biss immer schlecht So, mal gucken Oh, Luis hat das Medikap bekommen? Eieiei Ja? Ja So Renn einfach raus, dann schließen sie sich immer an Vorsicht! Boy Ja, komm mal von den Seiten Ich höre es nicht, ist klar Oh man, jetzt muss ich wieder warten Ja Ich kam nicht vorwärts Oh ja, ich schiefe mich mal über den Haufen wieder hier Ne Das Kai ist Kai ist ein super Wer lag da? Irgendwie in der komische Wo ist er? Irgendwo da oben Ach, hast du dich? Ach, hast du dich? Ne, Bill hat sie Das Bill hat sie Das Bill hat sie Autsch, ich werd gezogen Ja Danke Dann gibt's nicht mehr Wir müssen da oben auch lang Oh, meine Genauigkeit Wie stehen wir hinterher die beiden, Idioten Meine Genauigkeit ist sowas von gleich im Arsch Mhm Ey, gib mal Bill die Pillen Boy Krüppel der Ich hab was für dich Ah, du Schnurrer Kann ja jetzt ein bisschen schneller laufen Mhm Splitter Auch nö Was? Kann auch durchs Feld rennen oder wie? To keep Oh nein Wenn das jetzt wieder anfängt zu regnen, weißt du was passiert, ne? Nein Okay, go, 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 einfach laufen Ja Oh nein Ja Ich glaub ich glaub nie Alter, ich hab von irgendwo geschossen Hauptsache in deine Richtung Ja Äh ETF Oh, Atomi, hier wo ich bin Wie da wo du bist Mein Charakter siehst du ja Da musst du drüber springen Vielleicht tot Halt dich da eben Ja, mach ich jetzt auch Boah ey Ja Und ihr Wie eigentlich Wie eigentlich Kannst du nur hoch Äh Äh Ja, auch nicht Aber man So Mh, lecker noch mit Kuscheltiere Kuscheltiere Für dich ja ich weiß Aber Ich nehm Tabletten 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 Hier komm Bill Nimm Oh Backe wieder Wir sind zu dem Haus Ja Lauf mein ruhig nach 10 km h davor Heute Heute ist dein Marathon Ja Wurde durchgelaufen sind wir nicht da wieder Naja, aber wir sind auf dem rum Ich hab Bill noch Tabletten gegeben Was Funk annehmen Was Okay Hier Der Bill soll sie erstmal heilen Ja Der Feckel Boah komm, dann heil ich dich Nimm ruhig an Nimm ruhig an Nimm ruhig an, ich heil den Bill Hab ich Komm mit nach oben Ja Erstmal Tür einfach zu machen Ja, mal gucken was hier oben alles ist Nee Kinderzimmer Was können wir jetzt machen? Was können wir jetzt machen? Weiß ich Weiß ich Wer macht dafür die Tür zu gehen Mann man 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 Was kommt jetzt? Also nicht Du musst es nochmal drücken ich gehe nach oben jetzt kommen wir noch nicht unten ich habe alle ich habe alle hier oben mal so wie ich auf der treppe stehe guck mal hinter mir sind die beiden jungs ja kommen wir auf der treppe einfach hinknien ja bill ist oben wie lange dauert das wieder also nicht haben sind diesmal nicht gesagt obwohl kommen wir hier ja ja mal richtig türen zugelassen habe erst ja erst kommt von wollen das ja aber hilft wirklich wenn die türen kaputt sind und hilft das ja es waren ja vorher zu erst noch ja hauptsache ja wir sind ich bin einer trappe mit louis ja wir sind hier oben ja ja danke will sonst bist du eigentlich aber naja ja manchmal die kai die kai und schlafen tank alter schwede ja lass mich in ruhe nein jetzt ja bill wie daten verfolgt okay alles klar bill und louis heilen sich ja und statt dass du mir jetzt mal hoch hilft eben ne der wollte glaube ich ja bill haben ich muss eben schnell meine relation nach laden ja ich muss hol dir schnell mutige nicht passiert vorne auf so dann mal kurz hier noch um ja irgendwo ein hunter er ist und er ist unten der hand das unten hilfe ich war da rausgezogen tschau tschau centos jetzt sind wir draußen auch gut hat auch immer was ja vorsichtig tschau centos tschau centos das ist eine rohrbombe die naja ouch hilfe weg da weg da weg da alle da drinnen das blitter säure auch mal wie lange braucht den scheiß twark also nicht ja du scheiß puma fick dich jetzt habe ich aus dem die granate in den arsch geworfen naja ja aber der tag könnte so langsam mal eigentlich hinbewegen finde ich ja jetzt kommt das war eine welle lassen durch da kommt ja ist klar da das ist doch kein twark mehr man das ist ein ungetügen das rauch da ganz schnell ich weiß alter wie geil das haben wir dann das war ja nix hier das level ging doch hier ja jetzt so im hintergrund so alle fliegen sind luft ja wie kommt wieder alle fliehen nicht so wie beim letzten mal ich brauche gar nicht lesen zentos liest eh vor 35 minuten was alter ich hab verbrauchte für band 7 ich sag doch ich brauche nicht gucken zentos liest alles vor molotov habe ich eingeworfen 33 nahkampfkills ja hallo nahkampfkills sie gehen immer auf mich ich hab drei boomer alle außer louis haben drei boomer die smoke habe ich von char-char bei jockeys bei splitter ach ok witch stand da gar nicht bei diesmal ne doch da wird am meisten witch gestört du nicht eine wundervig bill auch eine ne sonst ist ja k.i. nicht dabei was weiß ich prozent genauigkeit mehr als du diesmal oh ein prozent kopfsch ins liest haben wir gleich 1 prozent das war ja richtig lohnswert Wirklich Dann würden wir mal sagen, bis zum nächsten Mal bei Left 4 Dead 2 Ciao, ciao